Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen heldenhaften Hund, der einem Polizisten dabei hilft, etwas Erschreckendes zu entdecken. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Auch an ruhigen Tagen und in friedlichen Nachbarschaften müssen Streifenpolizisten stets auf der Hut vor potenziellen Gefahren sein. Wenn etwas nicht zu stimmen scheint, ist es ihr Job, schnell zu handeln. Auch wenn die Beweislage dünn ist. Als ein Polizeibeamter in einem Wohngebiet in Wisconsin eines kalten Wintertages einen Hund vernahm, der die Straße entlang pürschte, bemerkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Und als er feststellte, dass der Vierbeiner versuchte, ihm etwas zu zeigen, lag es an ihm zu handeln. Der Tag schien für den Polizeibeamten Jeff ganz gewöhnlich und unspektakulär zu beginnen. Die Luft war kalt und klar und die Nachbarschaft, in welcher der Polizist unterwegs war, schien so ruhig und friedlich wie immer zu sein. Doch die Ruhe hielt nicht lange an. Der Himmel war bedeckt und auf dem Grund lag Schnee, der vor einigen Tagen gefallen war. Umso seltsamer erschien es Jeff, als er einen schwarzen Labrador bemerkte, der völlig allein, ohne ein Herrchen oder Frauchen in Sicht, durch den Schnee streifte. Auch wenn es nicht unbedingt zu seinem Job gehörte, sich um einen streunenden Hund zu kümmern, so hatte der Beamte eine Schwäche für Tiere und versuchte sich schließlich dem Tier zu nähern. Wie Jeff bald feststellen sollte, war es jedoch nicht der Vierbeiner, der in Schwierigkeiten steckte. Der Hund schien nervös zu sein. Er lief aufgeregt hin und her. Der Polizist war in Sorge, dass Tierkönner auf die Straße laufen und von einem Auto erfasst werden. Also rollte er langsam mit seinem Wagen näher an den Vierbeiner heran, um einen genaueren Blick zu erhaschen. In diesem Moment bemerkte der Hund den Polizeibeamten. Er blieb sofort stehen, sah Jeff an und begann laut zu bellen. Als Jeff die Fenster seines Autos öffnete, sah er, wie das Tier begann mit seinem Schwanz zu wedeln, als wollte es ihm irgendetwas sagen. Er schien freundlich zu sein, doch der Polizeibeamte war sich ganz sicher, dass etwas in der Luft lag. Als Jeff ausstieg, begann der Labrador völlig aufgeregt und hektisch umherzulaufen. Jeff war sich nicht sicher, warum der Hund plötzlich so hektisch reagierte, und er fragte sich, ob er den Vierbeiner verängstigt hatte. Doch das konnte noch nicht alles sein. Denn plötzlich blieb der Hund erneut stehen und sah den Polizisten mit großen Augen an. Jeff verstand, dass das Tier ihn irgendwo hinführen wollte. Fasziniert folgte er dem Tier zu seinem Haus, das sich ganz in der Nähe befand. Es dauerte nicht lang und der Beamte verstand, wieso der Labrador so aufgeregt war. Dort fand Jeff schließlich eine Frau, welche die Besitzerin des Vierbeiners sein musste. Sie saß zusammengesackt und leblos auf einem Stuhl der Veranda des Hauses. Der Polizist untersuchte ihren Zustand. Als er sie vorsichtig an der Schulter berührte, bewegte sie sich nicht. Er ging zunächst vom Schlimmsten aus und erzählte später, er habe gedacht, dass sie tot gewesen sei. Ihr Körper habe sich sehr kalt angefühlt und ihre Lippen waren blau. Doch als Jeff den Puls der Frau fand, hatte er die freudige Gewissheit, dass sie noch lebte. Sofort verständigte er den Notarzt. Außerdem rief er seinen Partner herbei und gemeinsam brachten sie die Frau in ihr Haus. Doch was immer es war, was der Frau so zugesetzt hatte, die Kälte auf der Veranda hatte ihren Teil dazu beigetragen. Als Jeff und sein Partner im Haus der Frau auf die Sanitäter warteten, hatten sie Zeit genug, die Dame, deren Name Crystal war, zu identifizieren. Mit den neu gewonnenen Informationen versuchten die beiden Beamten, Crystals Angehörige zu kontaktieren. Jeff war es schließlich, der die Botschaft an Crystals Tochter Tian weitergab. Diese fuhr gemeinsam mit ihrer Tante sofort zum Krankenhaus, in welches ihre Mutter gebracht worden war. Von da an konnten alle Beteiligten nur noch sitzen und warten, bis die Ärzte mit Befunden zu ihnen kamen. Unter den Wartenden war auch der Labrador, der sichtlich nervös schien. Wie Tian bestätigte, war er Crystals Haustier und hörte auf den Namen John Boy. Wie sich herausstellte, war es der Zustand von Crystals Herz, der dazu führte, dass sie beinahe eine Stunde bewusstlos in der Kälte gesessen haben musste. Die gute Nachricht war jedoch, dass sie es überlebt hatte. Dies hatte sie zum einen Jeff zu verdanken, der blitzschnell gehandelt hatte. Zum anderen trug selbstverständlich auch Labrador John Boy seinen Teil dazu bei. Denn er hatte nicht aufgegeben, bis er Hilfe fand. Jeff ist bis heute der Meinung, dass Hund John Boy der eigentlicher Held dieser Geschichte ist. Und Tochter Tian ist bis heute beiden über alle Maße dankbar. Sie sagte, dass ihre Mutter und der Labrador von Anfang an, seit Crystal den Hund aus dem Tierheim geholt hatte, eine ganz besondere und sehr innige Beziehung zueinander hatten. Tian ist sich sicher, dass die beiden von Anfang an füreinander bestimmt waren. Die Frau dankte Jeff tausendmal. Ihre Mutter war auf dem Weg der Besserung und die Tochter wusste, dass dies niemals ohne das Engagement des Polizisten möglich gewesen wäre. Er hatte sich die Zeit genommen, sich den herumstreunenden Hund genauer anzusehen, bis er sicher war, dass etwas im Busch lag. Im Grunde sind sich Hunde und Menschen doch gar nicht so ungleich. Wir Menschen würden alles tun, um das Leben unserer Liebsten zu schützen. Und auch Hunde nehmen große Strapazen auf sich, um ihre Geliebten zu retten. Wie hättest du reagiert, wenn du einem verwirrten Hund auf der Straße begegnet wärst? Hättest du ihn ignoriert oder versucht herauszufinden, warum er so verwirrt ist? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.